Nun ist es also fix. Konkret am 6. März starten die Befragungen im parlamentarischen Kofag-Untersuchungsausschuss mit Schwerpunkt auf René Benko und eine Woche danach jene zum vermeintlichen rot-blauen Machtmissbrauch. Was ist eigentlich dran? Ist das alles nur Wahlkampfgedöse oder können wir uns auch ganz konkrete Inhalte erwarten? Ich bespreche das jetzt mit dem SPÖ-Fraktionsführer bei den Untersuchungsausschüssen, die jetzt bei uns im Studio ist, Kai Jan Greiner. Vielen Dank fürs Kommen. Danke für die Einladung. Ja, sechs Befragungstage im Kofag-Untersuchungsausschuss sind jetzt einmal vorgesehen. Viel mehr können es auch gar nicht werden, wegen dem Wahltermin, der ja dann schon relativ bald danach kommt. Unter anderem geht es da auch um René Benko. Er ist auch geladen. Was ist eigentlich, wenn er nicht kommt? Naja, dann ist es seine, also am Ende des Tages muss man sagen, natürlich haben wir ihn geladen, weil wir ihm auch die Gelegenheit geben wollen, seine Sicht der Dinge zu erklären. Und wenn er das nicht macht, wir haben nicht die Zeit, dass wir ihn vorführen können. Das geht normal bei Untersuchungsausschüssen schon. Das haben wir gezeigt, dass wir selbst Leute, die im Ausland wohnen, wie den Thomas Schmid laden konnten. Aber für uns geht es einfach darum, aufzuklären, was da passiert ist. Und gibt es Menschen, gibt es Personen in Österreich, die einfach besser behandelt werden als andere? Sind alle Menschen gleich? Und sie sollten vor der Verwaltung, die sollten vor der Steuer gleich sein, vor der Justiz gleich sein? Und den Eindruck, den wir haben, nein, es gibt hier einige, die werden bevorzugt. Die haben halt so ein VIP-Service, die zahlen dadurch halt weniger Steuern und für die wird quasi alles erledigt. Und die normale Firma kann nicht jahrelang die Umsatzsteuer nicht abführen. Die wird ja von der Finanz ganz schnell zugedreht. Und wie kann das sein, dass der Herr Benko Millionen Umsatzsteuer nicht abführt? Und das wollen wir uns einfach ansehen. Und ich sage ganz ehrlich, ich bin jetzt nicht mein erster Untersuchungsausschuss, aber ich habe noch selten einen Untersuchungsausschuss wie diesen erlebt, wo ich ganz am Anfang schon einfach viele, viele, ehrlich gesagt, Ableitungen habe. Weil Untersuchungsausschüsse sind ja kein Selbstzweck, sondern die dienen ja dazu, dass wir unsere Gesetze, unsere Regeln verbessern, wenn man draufkommt, da funktioniert was nicht in dem Staat. Und wir sehen ja jetzt bei Benko schon drei Sachen, die wir wirklich dringend ändern müssen. Das erste ist das Insolvenzrecht, weil wir haben hier ein Kartenhaus, wo tausend Firmen betroffen sind am Ende des Tages wahrscheinlich von dieser Insolvenz. Und unsere Insolvenz behandelt quasi nur jede einzelne Karte und nicht das ganze Kartenhaus. Das heißt, wir müssen unseren Blick ändern und die Art und Weise, wie wir mit Insolvenzen umgehen. Das zweite ist diese Strafen, die es da gibt, wenn man im Firmenbuch nicht veröffentlicht. Die hat er aus der Portokassa de facto bezahlt und das geht nicht. Das geht nicht, dass eine Firma sich quasi in Transparenz erkaufen kann, sondern wir brauchen echte Regeln, die mitunter auch sogar dazu führen, dass eine Firma dann einfach nicht mehr existiert. Wenn eine Firma nicht bereit ist, bekannt zu geben, gewisse Eckdaten, die alle anderen, jede Firma in Österreich muss das tun, wenn er das nicht macht, dann darf es die Firma nicht geben. Das heißt aber, wenn Sie sagen, es ist davon aus Ihrer Sicht auszugehen, dass Militäre bevorzugt werden, dass irgendwas rauskommt jetzt aus dem U-Ausschuss, wo man dann sagen kann, da hat die Politik, da hat die Verwaltung bewusst weggesehen, damit diese Personen geschützt werden quasi. Naja, ja, da geht es vor allem darum, ob es hier eine politische Einflussnahme gab. Und das, was wir ja schon sehen, ist, dass die letzte Regierung, hier vor allem Kurz und andere, Benko nicht nur hufiert haben, sondern dem geholfen haben mit staatlicher Verwaltung. Da sind Gerichte aufgesperrt worden, damit er quasi Kickerleiner hier auf der Marilfer Straße das Haus kaufen darf. Es ist offenbar politisch entschieden worden, dass er Kickerleiner bekommt. Das ist damals auch argumentiert worden, dass er quasi für die Steuerschulden gerade steht. Und jetzt sehen wir, dieses Versprechen war nichts wert. Aber es wurde uns damals von der Politik so erklärt, Kickerleiner bekommt der Benko und er steht dann für die Steuerschulden gerade, dass Österreich quasi die Steuerschulden bekommt und dann nichts mehr bekommen. Im Gegenteil. Er hat sich eine goldene Nase verdient. Er hat hunderte Millionen Euro verdient. Und wir alle haben, also wir haben tausende Menschen ihren Job verloren. Und wir bleiben auf zig Millionen Euro, nämlich wir alle gemeinsam auf Steuerschulden quasi sitzen, die uns jetzt fehlen. Und es ist nicht so, dass wir zu viel Geld haben in Österreich, in der Gemeinschaftskasse, sondern da ist ja ein Loch drin. Da ist ja zu wenig Geld drin. Und ich bin der Meinung, dass während alle, die jeden Tag arbeiten gehen, brav ihre Steuern zahlen, sollen die, denen es besonders gut geht, also die, die nicht wirklich darauf angewiesen sind, jeden Tag hart zu arbeiten, weil sie 2.000 oder 3.000 Euro verdienen, sondern die, die hunderte Millionen haben, also dass die dann ihre Steuern nicht ordentlich zahlen, das macht mich wirklich wütend. Eben zwölf Personen haben sich geladen, unter anderem René Benko. Wir haben schon gesagt, die ÖVP macht es noch weitaus dramatischer. 34 Personen sind geladen worden für ihren unter Anführungszeichen Ausschuss. Der vermeintlich rot-blaue Machtmissbrauch. Viele Promis sind da dabei. Jetzt nicht René Benko, aber viele Ex-SPÖ-Politiker, auch Kanzlerpersonen. Ist das alles nur eine Wahlkampfschlacht? Also dieser ÖVP-Ausschuss, der ist natürlich, also was das bringen soll, weiß ich nicht. Die haben mehr oder weniger von den letzten 20 Jahren alle Minister, die nicht von der ÖVP waren, jetzt einfach geladen, die noch am Leben sind. Und wollen sich Sachen ansehen, die 20 Jahre her sind, kann man eh machen. Es ist halt eher eine Historikerkommission, muss man ehrlicherweise sagen. Aber es ist halt so vorgesehen, es ist natürlich ein klassischer Missbrauch vom Instrument. Anders kann man das nicht titulieren. Und das hat mit parlamentarischer Arbeit, das hat mit Aufklärung nichts zu tun. Wenn die sagen wollen, sie wollen sich anschauen, die Inseratenvergabe 2007, dann hat das ja bereits einen Untersuchungsausschuss gemacht. Ich war ja selber 2012 in einem Untersuchungsausschuss, wo wir dann nachher ja auch Ableitungen gemacht haben. Und seitdem muss ja jedes Inserat, das die öffentliche Hand irgendwo schaltet, muss eingetragen werden in ein Transparenzregister. Oder 99 Prozent. Jetzt ist man draufgekommen, da gibt es noch kleine Lücken, die muss man auch noch schließen. Aber das ist ja alles schon untersucht. Das ist ja alles schon erledigt. Nein, die ÖVP versucht hier einfach abzulenken von ihren eigenen Problemen. Und das hilft niemandem in diesem Land. Sehr interessant ist ja der sogenannte OGM-Vertrauensindex in die Spitzenpolitik. Ich sage einmal, die ist gelinde gesagt im Keller. Wie sehr vertraut die Bevölkerung der heimischen Spitzenpolitik? 27 Personen sind da gerankt. 22 von 27 sind die Minus. Nur 5 haben es gerade noch auch nur leicht ins Plus geschafft. Kann man davon ausgehen, wenn jetzt wieder die nächsten Monate ab 6. März gehen die Befragungen los. Wir Medien berichten natürlich darüber. Das ist vielleicht auch ein Teil des Problems. Aber das Vertrauen, wenn man diese Schlammschlacht dann sieht und Sie sagen, Machtmissbrauch, wird noch weiter nach unten gehen? Also ich glaube, dieser Vertrauensindex, das ist ja nur, ob die Menschen zufrieden sind mit dem Ergebnis der Politik. Und mich wundert es nicht, dass das im negativen Bereich ist. Was soll es? Wir haben die höchste Teuerung in Westeuropa. Wir haben eine katastrophale Ergebnis einfach der Politik der letzten Jahre, vor allem was die Teuerung betrifft. Und dass dann die Menschen sagen, ich bin unzufrieden mit der Politik, verstehe ich gut. Ich bin ja auch unzufrieden. Ich meine, wieso müssen wir an letzter Stelle sein, wenn es um die Inflationsbekämpfung geht? Da ist einfach ganz, ganz viel schlecht gemacht worden. Und da verstehe ich, dass die Menschen sagen, ich bin angefressen. Ja. Das hat aber mit Untersuchungsausschüssen nichts zu tun. Da werden Untersuchungsausschüsse, glaube ich, überschätzt. Die wesentlichen Fragen sind ja andere. Also wenn Sie jetzt auf die Straße gehen, ob der Untersuchungsausschuss wichtig ist oder nicht, dann werden wahrscheinlich 90 Prozent sagen, wichtiger ist die Frage, wieso die Mieten noch immer steigen, wieso die Stromrechnung so hoch ist. Ich komme mit dem Geld nicht aus. Oder Fragen im Gesundheitssystem. Das sind die Sachen, die jetzt ganz konkret unter den Nägeln brennen. Und da gibt leider die ÖVP und die Grünen in der Bundesregierung nicht die richtigen Antworten, sondern die ganz falschen. Um jetzt den Kofag-Ausschuss noch ein letztes Mal abzuschließen, quasi es geht ja um die Bevorzugung reicher Menschen, auch Stichwort eben Sigi Wolf und vor allem eben René Penko. Ja. Aber es gibt natürlich auch eine Verwicklung und Andreas Babler war zuletzt in einem ORF-Interview da auch ein bisschen verhalten. Wie ist denn die Rolle von Alfred Gusenbauer da zu sehen? Er hat ja auch in Summe offenbar über all die Jahre über zehn Millionen Euro fakturieren können. Jährlich 280.000 seit dem Jahr 2009. Und dann noch einmal 200 Runouten über insgesamt fünfeinhalb Millionen. Da sind fast zehn Millionen zusammengekommen. Wie ist denn seine Rolle einzuordnen? Naja, das, was Penko gemacht hat, ist ja relativ einfach. Er hat sich von allen Parteien Menschen, die die Politik verlassen haben, wenn man es böse sagt, gekauft. Wenn man es freundlich sagt, hat er sie beschäftigt und sich beraten lassen von denen. Und ja, da ist die ehemalige FPÖ-Vizekanzlerin und Parteivorsitzende der FPÖ, Ries Passa, dabei. Gusenbauer hat dort gearbeitet. Der grüne Außenminister Joska Fischer hat für ihn gearbeitet und der ehemalige ÖVP-Kanzler Kurz. Ja, und die Gehälter, die dort bezahlt werden und das Geld, was dort verdient wird, ist absurd. Es ist aber ehrlich gesagt vollkommen egal, ob der Herr Gusenbauer Millionen bekommt oder der Herr Kurz oder wer auch immer. Ich halte solche Beträge für wahnsinnig absurd. Und ehrlich gesagt, wenn es um Regeln geht, na, ich schaue, dass die wenigstens ordentlichere Steuern zahlen. Das ist mir das Wichtigste. Ich halte das für absurd. Ich kann das aber nicht beeinflussen. Wenn zwei Private, wenn der sagt, ich bezahle dir so viel, weil das ist mir deine Beratung wert, kann ich das als Politik nicht ändern. Ich kann nur schauen, dass sie ordentliche Steuern zahlen. Das stimmt. Das kann man natürlich als Politik nicht ändern. Man kann die Steuereinzahlung mehr oder weniger kontrollieren, keine Frage. Und natürlich auch in einem Untersuchungsausschuss aufzeigen, wie redlich war denn das alles. Aber man könnte die Person, und da war Andreas Wabler eben eher zurückhaltend, letztlich aus der Partei ausschließen. Ist das angebracht bei Alfred Gusenbauer? Also, nur weil jemand viel Geld verdient, wird er aus der SPÖ nicht ausgeschlossen. Das ist nicht eine Schande. Halte ich das moralisch für falsch? Ja. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das ist auch eine Frage, die interessiert die Leute noch weniger. Weil ob der Alfred Gusenbauer Mitglied der SPÖ ist und dort jährlich 75 Euro Mitgliedsbeitrag zahlt oder nicht, interessiert niemanden auf der Welt. Aber symbolisch wäre es natürlich eine Handlung, wenn man sagt, okay, Andreas Wabler sagt, das geht nicht. Das ist moralisch so verwerflich. Das geht sich in der SPÖ einfach nicht aus. Es geht sich nicht aus, dass jemand ein... Also, ich meine, der Alfred Gusenbauer hat keine Funktion bei uns. Aber das verändert die Welt nicht. Die Frage ist ja, wie wir die Welt besser machen. Da ist ehrlich gesagt, eigentlich ist es vollkommen egal. Das ist eine magene, symbolische Sache sein. Aber es ist von keiner Relevanz. Deswegen ist mir das persönlich auch egal. Die entscheiden... Also, da gibt es ganz, ganz viel, viel wichtigere Fragen, ehrlich gesagt. Ob man jetzt immer mit der Kreditkarte und nicht mehr mit der E-Card zum Arzt geht. Das sind... Das halte ich für eine entscheidende Frage, dass man immer öfter die Kreditkarte braucht. Früher hat es nur die E-Card gegeben. Und jetzt braucht man immer öfter die Kreditkarte. Das ist ein echtes Problem, wenn man überhaupt einen Termin bekommt. Deswegen haben wir als SPÖ auch gesagt, also entscheidend ist hier, ich brauche einen Rechtsanspruch, ich muss doch innerhalb von 14 Tagen einen Termin beim Facharzt kriegen, wenn ich ein Problem habe. Und nicht in sechs Monaten, weil da bin ich ja nicht mehr krank. Was habe ich denn davon, wenn ich in sechs Monaten einen Termin habe? Aber heute ein Problem. Was auffällt, der Untersuchungsausschuss zum Thema Kofag ist ja nicht nur von der SPÖ, sondern gemeinsam mit der FPÖ eingebracht worden. Gemeinsam mit Christian Hafenegger haben Sie gestern ja auch präsentiert, wer jetzt geladen werden wird. Ist diese Zusammenarbeit mit der FPÖ jetzt mehr als nur eine Zusammenarbeit? Ist es schon ein bisschen ein Vorfühlen, ob eine Partnerschaft mit der FPÖ quasi denkbar wäre nach der nächsten Wahl? Das ist eine ganz normale parlamentarische Zusammenarbeit. Den Hyperuntersuchungsausschuss, wo ich ja auch dabei war, den haben damals die Grünen und die FPÖ gemeinsam eingesetzt im Parlament. Und gerade das Parlamentarier muss ich mit allen anderen 182 Abgeordneten reden, weil jeder von uns ist gleich viel wert. Hinter jeden Abgeordneten sind ca. 25.000 Menschen, die diese Partei oder diese Person gewählt haben. Und jeder vertritt 25.000 Stimmen im Parlament. Und die sind ja alle gleich viel wert am Ende des Tages. Und deswegen arbeite ich mit allen zusammen, von allen Fraktionen, vollkommen egal, ob die von der ÖVP sind, von den Freiheitlichen, von den Grünen oder von den Neos. Am liebsten ist man natürlich, wenn ich mit den eigenen, mit den Sozialdemokraten zusammenarbeite, tue ich übrigens auch. Ja gut, es sind aber derzeit offenbar nach den Umfragen noch zu wenig, um beim nächsten Mal wirklich substanziell, vielleicht sagt der Kanzlerstoffe übernehmen zu können. Wir bewegen uns offenbar so bei 22, 23, vielleicht 24 Prozent, wenn man es ein bisschen schöner darstellt. Wie ist denn das mit der Perspektive nach der nächsten Nationalratswahl? Sie sind im Parlament, im Nationalrat, Sie kennen alle Kolleginnen und Kollegen. Ist es denkbar, dass mit der FPÖ sich was ausgeht? Nein, glaube ich nicht. Nein. Da sind wir einfach zu weit auseinander. Man kann in Sachfragen, ja, natürlich gibt es in Sachfragen Überschneidungen, aber für eine Koalition brauche ich mehr als nur in ein paar Sachfragen eine ähnliche Meinung. Koalition braucht schon mehr als da ist. Das heißt, FPÖ wird sich wohl nicht ausgehen? Naja, ich meine, allein im Gesundheitsbereich und wir das als Thema hatten, der Grund, wieso das Gesundheitssystem heute so schlecht ist in Österreich, ist, weil ja die FPÖ den Gesundheitsminister gestellt hat und dort ja mit der Hartinger Klein die Krankenkassen kaputt gemacht hat. Also sowas fällt ja nicht vom Himmel. Das ist ja oft auch Ergebnis von Politik. Und die Freiheitlichen haben einfach hier im Gesundheitssystem ein Desaster hinterlassen. Wirklich ein Desaster. Und wieso soll es jetzt mit denen besser gehen? Und wenn ich mir das durch die Bank anschaue, wir sind zum Beispiel der Meinung, dass jemand, der Milliarden erbt, eine Steuer zahlen soll. Die FPÖ nicht. Ja, die FPÖ sagt, nein, das ist okay. Wenn jemand Milliarden erbt, soll er keine Steuern zahlen. Also wir sind da in ganz, ganz vielen Fragen einfach fundamental anderer Meinung. Wir, wenn ich an Politik denke, dann denke ich an Leute, die 1.500, 2.000, 3.000 Euro verdienen und nicht an die, die 20.000, 30.000 oder gar Millionen verdienen. Gut, das sagt die FPÖ natürlich genauso, sich um diese Menschen zu kümmern. Aber sie macht die Politik, wenn man es konkret ansieht, macht sie Politik nicht für die, die hart arbeiten gehen und 2.000, 3.000 Euro verdienen, sondern genauso für Reiche. Ich meine, der Strache war ja zum Beispiel am Tag vom Ibiza-Video, wo war denn der am Vormittag damals? Na, auf der Jacht vom Benko. Und, also ich meine, was soll's? Der war dort. Der Kurz war am Gardasee im selben Jahr auf einer Privatparty. Also als aktive Politiker, nicht nach der Politik. Ich würde auch nach der Politik nicht dorthin gehen. Aber das ist, also wenn man sich ansieht, nein, die FPÖ macht Politik genauso nur für eine kleine Gruppe, für Reiche und nicht für die breite Masse. Weil Sie jetzt, wie der Sebastian Kurz erwähnt haben, wird beim U-Ausschuss über die mögliche Bevorzugung von Milliardären, das ist ja in Wirklichkeit um das, was es im Konkreten geht, Stichwort René Benko, Sigi Wolf. Sigi Wolf und andere. Gibt es da Bomben, die Sie in der Hinterhand haben, jetzt schon, wo Sie Dinge wissen, die wir Medienmenschen noch nicht kennen? Nein, wir haben schon Hinweise. Aber das eine ist, wenn mir jemand ein Gerücht erzählt und ich einen Akt habe. Glauben durch die Sachen erst, wenn ich einen Akt sehe. Und ja, also ich meine, ich sage immer, man hört viel, materialisieren tut es sich bei den Akten. Aber ehrlich gesagt, das, was wir ja schon, wir machen den Untersuchungsausschuss zu dem Thema ja nicht, weil er uns fad ist, sondern weil wir ja auch in den letzten Untersuchungsausschüssen viel gesehen haben. Wenn ich nur daran denke, also dieser Spruch, du hakelst in einem ÖVP-Kabinett, du bist die Hure für die Reichen, das habe ja nicht ich geschrieben. Das haben sich ÖVP-Kabinettsmitarbeiter geschrieben. Und da ist es darum gegangen, wie man dafür sorgt, dass Sigi Wolf möglichst wenig Steuern zahlt. Und ehrlich gesagt, ich will doch nicht in einem Land leben, wo es eine Partei gibt, die zwar schaut, dass alle ihre Steuern zahlen. Jedes Wirtshaus, jede Würstelbude, jede Reinigungskraft, jeder Elektriker, jeder Friseur, alle müssen ihre Steuern zahlen. Aber die oberen 10.000 nicht. Die super Reichen. Das kann doch nicht sein. Die müssen besonders ihre Steuern zahlen. Keine Frage, eh klar, Gerechtigkeit ist auch so ein Stichwort von Andreas Babler im letzten Interview. Wird es trotzdem etwas geben, wo Sie jetzt schon sagen, es wird uns alle vom Sessel hauen? Oder ist das jetzt nur das Aufarbeiten, Stichwort Hure der Reichen, das sind nämlich gewaltige Chats gewesen? Nein, es hat uns doch schon alle, also ehrlich gesagt, wenn ich mir nur diese, deswegen war dieser Benko-Ausschuss, ist ja nicht ganz falsch, weil das ist jetzt natürlich total aktuell. Ich meine, da haut es uns doch alle von den Schulen die ganze Zeit, wenn man hört, dass der Millionen Umsatzsteuer nicht zahlt. Jeder Unternehmer weiß, wenn ich 14 Tage spät zahle, habe ich das schon vor der Tür stehen. Aber dass man jahrelang Millionen nicht an Steuern zahlt, das versteht überhaupt niemand. Jeder Unternehmer sagt erst, ich zahle meine Umsatzsteuer und es ist manchmal hart, da geht es oft um 2.000, 3.000 Euro und ich muss sie zahlen und der hat Millionen und muss die jahrelang nicht zahlen, das geht doch nicht. Und mir hat es davon den Socken. Wenn man draufkommt zum Beispiel, dass die Siegner Holding als kleine GmbH, wo sie keinen Wirtschaftsprüfer, als kleine Firma, wobei ich sagen muss, da hat die Politik Verantwortung, weil wir haben wirklich für kleine GmbHs Regeln gemacht, dass die halt nicht diese strengen Regeln haben müssen. Und jetzt sehen wir, dass der Benko quasi diese Regeln missbraucht für seine Holding, damit er nicht die Öffentlichkeit informieren muss, damit er eben nicht die Zahlen liefern muss, wie es ihm wirtschaftlich geht. Und jetzt sehen wir, naja, er wollte es nicht sagen, weil das ist ein Kartenhaus, das zusammenbricht. Und in Wahrheit wahrscheinlich seit Jahren klar war, das Ding bricht zusammen. Und da lerne ich zum Beispiel, ich muss hier die Gesetze ändern. So eine Holding kann keine kleine Firma sein. Das ist ein Riesenkonzern und nicht eine kleine GmbH. Sehr, sehr spannend, was da offenbar alles auf uns zukommt. Am 6. März geht es mit den Verfragungen ganz konkret los. Eineinhalb Monate noch bis dorthin. Ja, bis dorthin haben wir viele Akten. Das kann ich mir vorstellen. Kai-Jan Greiner, vielen Dank fürs Kommen ins Studio. Unmittelbar nach Bekanntgabe gestern, wie es weitergeht. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung.